Oh Baby, hier geht es gerade richtig ab. Auf einmal kommen hier so ungefähr zehn Einsatzwägen hergerast. Da hinten so drei Feuerwehrleiterwägen, Feuerwehrauto, so normal, dann Polizisten und vier Krankenwägen oder so. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich rieche keinen Rauch, aber hier geht es auf jeden Fall richtig zur Sache. Obwohl, jetzt rieche ich...